Herzlich Willkommen liebe Leute zu einer neuen Challenge hier auf meinem Channel. Diesmal spielen wir Fifa 16. Ja und wer verliert, darf die leckeren Chilis da essen. Das wird, denke ich, mein Spaß. Auf jeden Fall. Also wir haben es jetzt so gemacht, dass wir die Teams zufällig auswählen. Das heißt, ich drücke einmal auf zufällig und chasen genauso. Also fangen wir mal an, oder? Du darfst erst da drücken. Nein! Sagt er mir die Beziehung? Okay. Zumindest etwas gleichwertig. Eben. Gutes Spiel. Dir auch. Na komm, nehmen wir Rot. Ich komme dann wirklich bei Weiß. Sollen wir noch was ändern? Ich kenne eh keine Spieler von Berlin. Also wer das Spiel verliert, muss es essen. Gehört nicht nach jedem Tor. Ja. Das wäre ein wenig zu heftig. Es kann losgehen und wir begrüßen sie zum heutigen Spiel. Wir das sind. Wir wollen ja noch leben. Hallo. Und in der heutigen Partie heißt es Hertha BSC gegen den 1. FC Köln. Und jetzt geht so, der Schiedsrichter pfeift die ersten 540 Minuten an. Und so werden es die Hatana heute angehen. Heute spielen sie hier in der 4-5-1 Formation. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte. Da geht er weiter Tor vorbei. Ich bin mal zur Lupfen. Ne, das war kein Lupfen. Ne, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich so ein bisschen reindrillen, dass er genau ins Eck passt. Oder er schalt den Mund stecken. Oh. Das war aber der Einladung. Ich gucke voll auf Rot. Ich hab einfach auf Rot gedunk. Ich hab extra die Rot gedunk. Ich hab extra die Rot gedunk. Ich hab extra die Rot gedunk. Nein. Jo, Spannung. Nein, tut's nicht. Gut für mich halt. Gut für mich halt. Jeden. Was tun wir jetzt? Ich würde sagen, ich sag's da. Achso. 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 Hau es doch weg, das Ding. Nein. Nein. Hallo? Das war eigentlich Hans. So wie ich sehe. Das Geräusche. Jetzt kommt dauses Hmm AerON, bitte. Nein, das war dies. Ja, ist klar. Ich verstehe es gerade nicht, dass der Pfeif ist. Ich kriege gelbe Karte und kriege einen Freistoß. Alles klar. So ein bisschen unlogisch aber gut. Nein! Nein! Ja, Ecke rein. Ja, das gibt Eckball. Gut, er ist stärker als ich dachte. Ja, genau. Ich habe gedacht, er wäre schlecht. So bei FIFA 14 zum Beispiel. Da haltet er gar nichts. Ja. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verbessert. Lieber mal die ganzen Fehlerbehebungen zu haben. Wäre mir lieber. Klasse aufgebracht. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Schaust du eigentlich auch aktiv? Die Bundesliga? Ab und zu haben wir jetzt natürlich das Spiel. Bayern und der SC. Die Töne. Ja. Öfters zu Bayern halt mehr als der SC. Gute Stakeling. Gute Zweikampfführung. Lustenberger. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Anthony Modest. Sie holen sich den Ball. Nein. Galo. 1. 2. Es ist zwei zu 0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jetzt gehts aber nur. Das war ein Paul, da muss er natürlich Freischuss geben. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stört gut. Die Mauer geht noch ein Stück nach vorne. Das macht der Schiri richtig, er mahnt die Spieler in der Mauer, nachdem sie sich Richtung Ball bewegt haben. Den Ball fängt er, das war nicht der beste Freischuss. War ein bisschen zu weit weg. Soll der Verlierer dann nur eine essen, oder wie viele Tore fällt? Verlierer eine. Nur eine? Nachdem ich die Tore fällt, muss er nicht sehen. Er geht abseits. Aktuell 2. Kevin Vogt. Kevin Vogt. Vogt. Und jetzt ein Schuss. Ja, halten wir. Das macht er auch mal gut, den Ball hat er. Schönen wir, warum geht? Achtung. Na, nehmen wir zu. Ja, wir schießen die einen Mann. Nein! Er schießt die eigene Mann ab. Er schießt die eigene Mann ab. Er schießt die eigene Mann ab. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Er passt ihn auf den Flügel. Plattenhaven. Ja. Nein, nein, nein. Ist doch der neue am Tor oder was? Das ist der Wahnsinn, was der hält. Das ist der Kraft, glaube ich. Krass. Das ist der Arm. Oh Gott. Na gut. Jetzt muss man balancen, was passiert. Das ist noch eine ganze Halbzeit. Die gehen schnell rum. Ein bisschen zu schnell grad für mich. Da ist er aufmerksam und antebald. Klasse. Wenn man führt, kann es gar nicht schnell vorbei gehen. Ne, der warst nicht. Da passt er auf und geht dazwischen. Lehmann. Oh, nur für dich? Und warum lässt es denn die einfach mal Vorteil rufen? Da wäre die Merde voll. Gar nicht kein Tor schieben. Wuuu. Wieder Freistoß. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt sehen wir eingeblendet die Anzahl der Balls bisher. Eins? Ja. Jetzt der Freistoß. Die Chance lässt er liegen, der Ball geht in die Mauer. Ja. Oh Gott. Jetzt haben wir die Kugel da vorne. Ja. Läuft bis jetzt. Ja. Ja. Gibt es gar nicht. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Nein, mein Güter. Komm. Ech, nehm ihn doch mit dem Hand. Nur fuß da wo fast lang. es ist nur ein 15er das mal ein 16 in 14 14 egal ob auf den Boden liegt, der kommt irgendwann an selbst wenn du krätschst das ist normal mit dem Spiel jetzt auch jetzt drehen schon wieder an 2-Kampf nach vorne führen auf der Boden der Beste kann Fußball mehr spielen naja eins nach innen geht schon darf man da eins machen ja komm, ich messe es noch ab die ganze Nummer weiter wie war das scheiß Position das kann ich gar nicht nehmen jetzt kommt der Freistoß ah jetzt klar so viel zoffen ich mir nicht so Leute, ihr habt das gesehen, wie es nicht geht bitte nicht nachmachen auf keinen Fall vollkommen problemlos Zoller oh komm oh das gibt was ich dachte schon er ist ausgerutscht auf diesem Spree ja 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 eindeutig das gibt es nicht 12 Mal 12 Mal ach Kalou hat noch Bannen nehmen kann man ach Kalou hat noch Bannen nehmen kann man 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 Lussenberger Kalou Sarida Haraguchi oh es klappt aber auch nichts mehr Berlin schöner Pass und das war's mit dem Angriff er fängt den Ball ab das macht er gut da ist er aufmerksam da kommt der Schuss was für ein Schuss das war ein Rückpass das war ein Rückpass exzellentes Zweikampfverhalten exzellentes Zweikampfverhalten oh Gott so blöd muss Einwurf geben und jetzt gibt's hier noch Gelb da hat er erst noch der hat so viele Gelbe Raten dabei das ist ein sehr gut gemacht richtig das Spiel zunächst weiter laufen zu lassen und jetzt der Schuss der Schuss war keine wirkliche Herausforderung ganz wichtig er hält den Ball fest Nein er rennt immer auf die gleiche jetzt geht es mit deinem Einwurf weiter das gibt's doch nicht der Köln hat nicht so großes Spiel ne der Abwehr ja aber vorne wirklich Darida Lustenberger Kalu ah was war jetzt das Zoller mhm das war was weiß ich wo die Köln jetzt könnte er den Ball abspielen Ivichewicz die hat einfach nicht genau wie die Konzentration Konzentration! Schierbrett! Nein! Das wäre das schönste... Nein! Ich habe keine Kraft mehr, das glaube ich nicht. Ja, deine ja, meine. Die können nicht mehr stark passen. Schießen vor allem, dann können sie rum. Komm, ein Tor kriegen wir noch hin. Nein! Bitte nicht! Nein, Mann! Hand! Aber das war klar ins Spiel! Oh, nehmt ihr eigentlich immer Hand? Ich verstehe es nicht. Die Partie ist fast vorbei und so wie die Fans singen, scheinen sie sich schon sicher, dass es heute drei... Schießt den rein! Ah! Nächstes Ding! Oh Mann! Gott sei Dank! Verdammt! Vielleicht klappt es ja noch 10. Ja, 90 schon. Entspielbar. Jetzt steht hier 2 zu 1. Dank doch! Was war jetzt wieder Foul? Und der richtige Schiedsrichter auszusetzen. Um... Hallo, 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 hallo Hallo, hallo, hallo Ganz einfach an den Ball geschlossen Und in ist er fest, gut gemacht Das geht's nicht Nein Ja Nein Nein Nachhört Ich glaub das wär das lustig Nein Jetzt nicht mehr Tausch auch nur eine essen, weil du ja ein Gegentor, ein Tor geschossen hast Der Vorführeffekt immer, immer wieder Hast du den Vorführeffekt? Ja, wenn man was sagt, dann passiert's einfach Das ist grad das krasse Gegenteil Stimmt, der Dingserfekt, ja Ja Oh mein Gott Die sind zwar klein, aber... Ja, aber die haben's bestimmt in sich Ja Oh mein Gott Ich glaub mein Mund wird vielleicht taub Zwei hat man gesagt, ja Zwei hat man gesagt, ja Zwei hat man gesagt, ja 20 Gramm, ja Schon genug zum Essen Ah ja Schmerz nach, lass nach bitte Echt? Das ist echt krass Was man nicht alles macht Ja Deutschste Angebote Wir können aber gern noch ein Rückspiel machen Ich kann mal gern machen, ja Und diesmal hoffe ich, dass es was Gescheites wird Ja 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 Ja